Was sind die Mikrotransaktionen? Hier sehen wir jetzt das sehr beliebte Strategiespiel Dota 2. Das ist so ein bisschen auch ein Vorreiter dieser Mikrotransaktionen, weil es von der amerikanischen Firma Valve kommt, die sich das quasi ausgedacht haben. Da sehen wir jetzt einen Helden des Spiels. Wenn Sie genau wissen wollen, worum es in dem Spiel geht, finden Sie auf dem Ratgeber auch eine Spielbeschreibung dazu. Und hier sehen wir jetzt einen Charakter des Spiels. Mipo heißt er in verschiedenen Kleidungsvarianten, also verschiedene Outfits. Und diese kann man kaufen. Das hat keinerlei Einfluss auf den Spielverlauf, sondern es geht lediglich darum, die Figur sieht anders aus. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit Markenkleidung. Ein T-Shirt hat irgendwie einen anderen Wert für uns als Menschen, wenn da ein Poloreiter drauf ist, als wenn da jetzt kein Poloreiter drauf ist. Wenn ich so etwas jetzt also kaufen möchte, suche ich mir das direkt im Spiel aus, klicke auf Kaufen. Das würde jetzt hier 3,55 Euro kosten. Oben rechts sieht man jetzt, wie viel Kapital ich auf meinem Steam-Konto, also diesem rein digitalen Spielekonto habe. Wenn das nicht ausreicht, kann ich das aufladen. Das geht in 15, 25, 50 und 100 Euro Schritten. Wenn ich das dann jetzt auswähle, direkt innerhalb dieser Plattform Steam, die auch völlig legal ist, kann ich dann aussuchen, womit ich das denn jetzt bezahlen möchte. Da sieht man so ziemlich alles, was angeboten wird, von Kreditkarten über PayPal bis hin zur Sofortüberweisung. Die für uns interessanteste Variante ist die sogenannte PaySafe-Card. Denn Kinder und Jugendliche haben in den allermeisten Fällen keine Kreditkarten, weil man dafür 18 sein muss. Aber PaySafe-Cards kann man tatsächlich nahezu überall kaufen. Was hat es damit auf sich? Die PaySafe-Card an sich ist eine Rubbelkarte, die Sie sich vorstellen können, wie bei einem Prepaid-Handy, wo man früher so Codes frei rubbeln musste. Man kann also jetzt zum Beispiel, das ist jetzt hier die offizielle Seite von PaySafe, da geht man drauf und sagt, ich möchte eine PaySafe-Card kaufen. Dann habe ich jetzt mal testweise Bielefeld eingegeben und das ist jetzt nur direkt im Zentrum von Bielefeld. Davon gibt es zigtausende Stellen. Und wie man jetzt hier sieht, das sind vorrangig Kioske oder auch Tankstellen, Postfilialen, die kann man fast überall kaufen. Das Problem daran für Eltern ist, dass es da nahezu keine Limitierung gibt, an wen diese Karten verkauft werden. Das heißt, Kinder und Jugendliche können mit ihrem Taschengeld, das sie ja nun auch frei ausgeben dürfen, in so einen Laden gehen und sich damit ihr Steam-Konto aufladen, indem sie diesen Code auf der PaySafe-Card-Seite einlösen. Der eben genannte Hersteller Valve ist aber längst nicht der einzige Anbieter, der sich diese Mikrotransaktion zunutze macht. Ein weiteres sehr, sehr, sehr beliebtes Spiel ist jetzt verhältnismäßig neu erschienen, heißt Clash Royale und ist der Nachfolger von Clash of Clans. Das sind mobile Spiele. Zu Clash of Clans finden Sie auch ein Beurteilungsvideo hier auf dem Ratgeber. Und in diesem Spiel geht es darum, gegen andere Leute auf dem Handy oder Tablet mit einer kleinen Armee zu kämpfen. Und dazu braucht man Spielfiguren, die auf Karten basieren. Und diese Karten kriegt man aus diesen Truhen, die Sie hier sehen. Und so eine Truhe zu öffnen, also man hat vier Plätze und wenn die voll sind, kann man keine neue Truhe mehr bekommen. Und man muss in der Zeit dann die anderen Truhen aufmachen. Das dauert bei dieser silbernen Truhe hier zum Beispiel jetzt drei Stunden. Wenn ich aber nicht die drei Stunden warten möchte, wie jetzt da angezeigt wird, habe ich die Option, sie direkt jetzt zu öffnen. Das ist ein sehr, sehr guter Indikator, wenn Sie Spiele sehen, in denen es zwei Währungen gibt. Hier zum Beispiel die Goldmünzen, die Sie gesehen haben und die Diamanten. Mit den Diamanten kann ich diese Truhe sofort öffnen, muss nicht mehr warten. An diese Diamanten komme ich aber in den allermeisten Fällen, ein paar wenige verdient man, aber das sind nur so Kleckerbeträge, eigentlich komme ich daran, indem ich die kaufe. Und hier sehen Sie, die kann man von 99 Cent bis 99,99 Euro kaufen. Da gibt es auch wieder die PayPal-Option, die für Jugendliche nicht so interessant ist, aber man kann das auch direkt von der Telefonrechnung bezahlen oder eben wieder mit so Prepaid-Karten, also nicht direkt die PaySafe-Karte, sondern zum Beispiel auch einfach eine Google Play-Karte oder eine Karte, die Sie vielleicht aus Läden kennen für den Apple Store, also für den digitalen App Store. Das hier ist jetzt Clash of Clans, was ich eben erwähnt habe. Und hier gibt es dieselben Modelle, also da es vom selben Anbieter kommt, von Supercell, sind auch die Symbole die gleichen. Also Sie sehen oben rechts Goldmünzen und auch die eben genannten Diamanten. Wenn ich jetzt möchte, dass mein kleines Gebäude hier aufgewertet wird und ich nicht fünf Stunden warten möchte, die fünf Stunden können später in mehrere Tage ausufern, kann ich auch direkt wieder ein paar Diamanten bezahlen, deswegen Mikrotransaktionen. Das sind quasi Kleinstbeträge, mit denen ich das dann schneller machen kann. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel World of Tanks vom Hersteller Wargaming, die auch noch World of Warships und World of Warplanes machen. Da überschneidet sich sogar das Konto, das heißt, ich kann für drei verschiedene Spiele dieselben Währungen benutzen. Auch hier kann ich mir Spielverbesserungen kaufen, seien es neue Panzer oder Geld, mit dem ich dann innerhalb des Spiels Dinge kaufen kann. Hier ist es aber sehr spannend, dass direkt mobiles Zahlen und Zahlen über Telefonanruf angeboten wird. Das heißt, ich muss gar nicht den Zwischenschritt über die PaySafe-Karte machen, sondern ich lasse mir eine SMS zusenden und kann damit dann direkt Geld über meine Telefonrechnung ausgeben. Das Konzept ist sehr, sehr beliebt momentan und auch das bekannte League of Legends, was vom Spielprinzip dem Dota 2, was wir eben gesehen haben, ähnelt, setzt darauf. Auch hier können Helden-Outfits oder auch Helden selbst nicht nur mit im Spiel erspielter Währung, sondern auch mit echtem Geld gekauft werden. Dafür wurde der Fachbegriff Echtgeld geprägt. Das klingt ein bisschen skurril, aber es geht eben um die Digitalisierung von richtigem Geld in quasi virtuelle Fantasiewährung. Wenn nun ihre Kinder also Videospiele spielen, gerade solche Free-to-Play-Spiele, schadet es nicht, ab und zu mal einen Blick vielleicht auf die Telefonrechnung zu werfen oder aber eben auch mal über solche PaySafe-Cards zu sprechen. Was hat es damit auf sich? Was kauft denn das Kind davon? Und ist das denn wirklich nötig? Denn das kann relativ schnell auch feste ins Geld gehen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst.